Da sind wir wieder zurück auf der Single Couch, hier am Geib und Volksfest 2023. Neben mir sitzt jetzt der Stefan. Stefan, wie alt bist du denn und wo kommst du her? Volker Fels und 23. Okay, und was machst du beruflich? Zimmerer. Und in deiner Freizeit, was machst du da gern? Fußball spielen. Sonst nichts? Ja, nein, so gehen wir mal schauen. Schauen in den Tigers. Okay, das heißt, wäre das wichtig, dass eine potenzielle Partnerin, dass dir auch sportbegeistert ist? Ja, schon. Okay, gibt es sonst was, wo du sagst, das sollte die ideale Frau mitbringen für dich? Ja, Sport und alles, das wäre nicht wahr. Okay, und optisch, hast du da irgendwelche Vorlieben? Nein, normalerweise nicht. Okay, okay, und gibt es an dir irgendwelche Eigenschaften, wo du sagst, damit muss die Frau umgehen können, sag ich mal? Ja, kochen muss ich gehen können. Nein, nicht sie, ob es an dir irgendwelche Eigenschaften gibt, die ein bisschen schwierig sind vielleicht? Nein, normalerweise nicht, nein. Okay, also du hast gerade gesagt, kochen sollst du kennen, das heißt, du kannst nicht sogar kochen? Nein, überhaupt nicht. Okay, okay. Mal angenommen, jemand meldet sich und es gibt ein erstes Date, was machst du mit ihr? Wie beeindruckt es dich? Also, essen gehen oder Kino oder so, irgend so was, ja. Wo geht es dann hin zum Essen? Ja, Straubing essen, Pizzerie oder so. Okay, jetzt mal angenommen, sie ist eine Vegetarierin, Veganerin vielleicht sogar, wäre das ein Problem für dich? Nein, überhaupt nicht, nein. Okay, also Ladies, wenn ihr mit dem Stefan hier mal zum Laurien gewollt und ihr dürft sogar Veganer, Vegetarier sein, das ist auch völlig in Ordnung, Kocher wäre gut, Kocher gehen aber gut, meldet euch gerne, Stefan, schau mal her. Ich habe noch zwei Single Couch-Glopperl für dich, die bilden miteinander ein Herz, eins ist für die und eins ist für die Partnerin und ihr da draußen, ihr meldet euch. Peace.